Moin Leute, das 100. Spiel in der Saison. Mal schauen was daraus wird. Das Spiel will mich auf jeden Fall schon wieder hart ärgern, habe ich das Gefühl. Kein Kaelters Band, Samuro klaut den First Pick. Dann werden mir die beiden nächsten Picks auch geklaut. Dann ist der Teamkollege so nett und band den Schlechter. Aber was passiert dann? Der Gegner darf als erstes wählen und nimmt natürlich mit den Kaelters weg. Eieieiei. Oh gut, wir schauen mal. Feuer gegen Eis. Oh Mann ey. Mal gucken ob das was wird. Nein. 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 Ihr habt das erste Blut gekostet. Sooo sehr gut. Was? GG? Das GG wird jetzt schon gecallt, ja? Wir müssen unseren Verbündeten beschützen. Geh mal da hoch. Ah, ich steh drin, ne? Okay. Ich bin unterwegs. Okay, schon mal ein Camp. Geh mal die Camp. Ihr kommt gerade rechtzeitig um mit anzusehen, wie die Samen bei einer Vergeltung aufgehen. Aber wer von euch wird sie einsammeln? Die erste Saat ist aufgegangen. Sammelt sie doch bitte für mich ein. Kommt rein oder kommt keiner? Ich würde es oben sehen, wenn ihr nicht die ersten seid, die die Ernte einfahren. Nein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Da musste ich raus. Das war kacke. Schau mal, da drüben ist ein Heilbrunnen. Na ja, ich hole mal eben den Heilbrunnen und dann komme ich wieder. Und dann schauen wir mal. Ach, haben wir schon eingesammelt. Okay. Meine Güte, ne. Na, der haut mir auch nicht Damage rein, aber okay, das ist gut. Auf was geht denn er eigentlich? Er geht aufs Decken, okay. Hat sich das hier wenigstens einigermaßen gelohnt. Aber im Moment sieht es glaube ich für einen Vorteil für den Gegner aus. Oh, da sind zwei Leute unten. Ah, er geht raus. Ich bin froh, dass jemand bei meinem Leiden probiert. von mir gibt es keine dringend. noch kommen die weg mit stolz auf diese ich kümmere mich darum blutrausch aus sein ja habt euch an euren feinden sollte aber jetzt uns gehören das ding doch nicht doch nicht sehr gut sehr gut sehr gut kleinen level vorteil aber ich weiß noch nicht ob uns das was bringt gucken dass er hier nicht irgendwie wieder durch und habe ich hier eigentlich bei regenerationskugeln welche talent habe ich denn hier genommen also quest sammler regenerationskugeln ok wollen wir das ding machen naja sollte hier verteidigen wir sollten hier verteidigen da ist sie sammelt die saad auf bevor es euer feind tut schau wie euch das gefällt ich habe ich habe ich ich Hört sich gut an. Tötet sie alle! Eiskalt! Chaos! Dem Licht sei Dank. Siebt euch eurem Zahn hin. Wichtig, okay der war kacke, aber was soll ich machen? Ah. Die Kugel will ich nur haben. Ihr solltet euch besser darauf vorbereiten, eine neue Saat einzusammeln, Helden. Sterbt Insekten! Ah, den hier direkt, ich weiß es heute nicht. Meine Klinge heilt euch zur Hilfe. Heute ist Pflicht euer Tag. Da ist meine geliebte Saat. Wir müssen und solltet ihr so lieb sein und sie einsam. Oh Junge, mach die doch. Von mir gibt es keine drin. Einfach ein bisschen aufhalten, dass er nicht zu mir kommt und dann ist er geritzt, sag ich doch. Ah, welch prächtiger Samen! Macht euch auf den Weg, meine Ungeheuer! Und vernichtet eure Feinde! Jawohl! Blickt mit Stolz auf diese Zerstörung! Oh, nice, nice, nice gecontert. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auch irgendwas draußen machen. Und dass wir das Ganze hier irgendwie so ein bisschen durchpuscheln. Auslöschen. Okidoki, okidoki, okidoki! Okidoki, okidoki, okidoki! Eure Gegner haben ein Vorverlör. Ein Pumpern! So, den erstmal rausnehmen. Was ist denn er? Was war denn sein Auftrag gerade? Oh Gott, da wäre ich fast reingerannt. Langsam müsste ich doch mal meine Quest hier unter Kühlung völlig haben. Aber das ist natürlich nicht so geil, wenn du weiter auseinander schiebst. Wahrlich gut getöpft. Bald geht eine neue Saat aufnehmen. Okay, was hittet mich denn hier? Na, wir wollen mal ein bisschen Damage machen hier. Und dann als nächstes würde ich sagen, wo man es dort hier? Nicht? Wollt ihr fighten? Hebt euch euren Zahn hin! Doppelkill! Okay, der war ein bisschen... Das ist so, wir nehmen die dort nie mit ein. Das kam genau zu der Saat schickt sich an zu keimen. Aus Zeit! Für Teramor! Ja! Sammelt euch für mich! Wir kämpfen gemeinsam! Für Abschaum wie euch ist hier kein Platz der... Nein, ich wollte gerade sagen, das wäre fast mein Untergang gewesen. Na, das könnte hier noch mal ein bisschen stressig werden hier glaube ich. Der Saat ist aufgegangen, aber das ist kein Grund sich zu behachten, oder? Okay, das... Das hittet, aber ich konnte nicht drin stehen bleiben. Oh, sehr gut. Einmal eine Heilung, eine abgeholt. Ich denke mal, wenn wir die jetzt noch einmal kriegen, dann sollte das doch hoffentlich... Ich habe das Ding mittlerweile fertig, ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann haben wir den, okay. Drei Kills. Drei Tode, besser gesagt, im Team. Ich glaube, da noch einen mit drauf. Nein, okay. Dann macht das auch noch da, das Camp. Und jetzt sollten wir das hoffentlich durchgepusht kriegen, oder? Um den Ganzen dürfte doch jetzt nichts im Wege stehen, oder? Ne? Okay. Ich kann ja auch da drauf ballern. Okay, okay, okay. Okay. Ich muss erstmal hier das Ding weg. So. Nee, 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 Kollege. Das ist eure Bestimmung. Baaah. Ganz schön, Leute. Ich will jetzt nicht sterben. Hier, wo ist unser Heiler? Ich werde dir zeigen, was Monstern bedeutet. Na, wieso stehe ich denn da schon wieder drin? Egal. Sauber. Das war doch ganz gut hier, wa? Nee, hatte ich nicht gedacht. What? Ja, unser Heiler war echt mega. Nice. Sind dort fünf? Fünf habe ich lange nicht mehr gehabt. Wenn das fünf sind. Sieht aber nach einer fünf aus. Na, was hatten wir denn hier? Also eigentlich war das ja gar nicht so verkehrt, ne? Also Heiler war echt mega. Muss man sagen. 33. Drei. Ei, 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 ei. Das war ein bisschen ungleichgewichtig. Nice. Die fünf nehmen wir mit. Fühl ich mich geehrt. Ja, wie war die Kommunikation im letzten Match? Kommunikation war nicht viel da, ne? Aber wir haben uns blind verstanden. Zwei Siege noch. Ich darf es vielleicht nicht aussprechen, aber... 100 Spiele voll. Positive Bilanz. Müssen wir noch zwei Siege holen, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich wünsche euch noch mal im nächsten Mal. Vielen Dank.